Moin Freunde, was geht und Willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video spielen wir Minecraft mit Hacks, wie ihr das sehen könnt. Und mal vorweg, ich prank einen Kollegen und er hat keinen Plan davon. Ich bin mit ihm im Discord, damit er weiss worüber ich rede. Und ich bin echt voll gemutet, keine Sorge. Und ich kann sagen, wir gehen jetzt zu ihm. Und damit Hallo und Willkommen zu diesem Part von Minecraft. Ich gehe jetzt in der Welt und wir sehen uns dann gleich wieder. Und da bin ich schon wieder. Du kannst joinen, bitte. Wäre wunderschön, wenn du joinen könntest. Da ist er. Ja, da ist er. Let's go. Äh. Ey, 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 ey. Okay, also. Wir spielen zu Weigel. Vergiss das nicht. Ja, komm, nimm du den Block, okay? Nimm du den, warum ich hole meine anderen. Ich bin ein Baum. Okay, cool. Oh Gott, warm ist hier ein Zombie. Warm ist jetzt Nacht. Warm ist es eigentlich gerade Nacht. What the fuck? Aber hier ist ein Ruhen-Portal. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Wir haben einfach alles mit Leben. Ich schaue mir später die Entschuldigungen an. Okay, aber nichts Schlechtes gesehen an dem. Wir haben Unbreaking und wir haben Protection. Sehr nice. Und wir haben Zweifel in den Steel. Wir haben ein Nockback-1-Schwert und ein Looting-Schwert. Oh Gott. Zwei Skelette. Oh mein Gott. Zwei Skelette. Aber die kann ich voll auseinandernehmen. Ich, äh, ich bin keine Ahnung wo. Oh, das ist schon kaputt. Oh Gott. Stopp, nimm mich nicht auseinander. So, danke. Wasst du da? Wir sind nicht wirklich Teufel. Daraufhin hier hab ich immer vieles und auch sicher. Ook das gesp Das ist ja unglaublich. Okay, äh, wo ich bin. Keine Ahnung. ich weiß wirklich nicht wo ich bin ich weiß dass zwei Zombies unter mir sind und er hat das Game verlassen wieso hat er das Game verlassen wir wissen es nicht er hat Poli war die Lederlösung die sich der Funds Teil der Schauspieler ho er hat den Stein und er hat eine Eisenschau manche seltener Sachen hier plötzlich und er ist wieder im Game sehr gut die sollte es gab nebenan liegt es daran und er ist tot die Hand jetzt haben wir überlebt die anderen beiden sterben gerade leeres Ruin der Portia das habe ich gerade geleert so und dann hier so zack 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 zwölf Sticks let's go ja töten sie los das hauptisch sehr schön wo es nicht schickt aus den Kriegern Prozent auch da ist er I know what and this time I click hey 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 ups das soll nicht so gewollt ja Schneebahn ich weiß dort ist ein Schneemann okay ok nice Chicken tot auch tot und ich muss meine Rembrandts uns untersetzen ist lag extrem ach so mit 76 Zank Jungs die Lecks natürlich schon besser ne doch nicht warte ich hab so viele Sachen offen also Knochen können wir schließen ja wo wir im Dorf finden keine Ahnung äh ich weiß es wirklich nicht ähm warte mal ganz kurz ich muss ganz kurz gehen ich bin gleich zurück bleibt wo hier ich komme gleich okay bei der die der die 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 das du du So, ich bin zurück Was geht, Bro? Alles gut Oh, nice It's done, oh no I've built your house broken So, also No 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 Yes No Eisen, okay. Ok, nur zwei Eisen Ok, aber Kupfer braucht niemand, ganz ehrlich Wenn wir ganz ehrlich sind, Kupfer, den braucht niemand Wir kennen niemanden, der actually Kupfer gebraucht hat Keine Ahnung, wo ich bin Und da bin ich Digga, du schwebst Ich hab das Gefühl, ja Man, wir brauchen kein Kupfer-Draw Kupfer ist unwichtig Für uns zumindest Mist, Kohle Ja, Kohle ist schon hier etwas, was wir brauchen Ganz viel Ja, da haben sie recht Ich bin nehm Ich bin nehm Ich bin nehm Ich bin nehm Okay, also ich bin gerade auf der Suche nach einem Dorf für uns beide, aber aktuell sehe ich eigentlich keins. Okay, also ich bin gerade auf der Suche nach dem Dorf, aber ich bin gerade auf der Suche nach dem Dorf. Okay, ich habe ein Ruin-Portal, ein Ruin-Portal. Goldene Karotten, eine Schaufel, eine andere Schaufel, oh mein Gott! Undraken 3 und 2 Efficiency 3 Schaufel, oh mein Gott, ein Obsidian! Oh, das ist Obsidian genug, nein, das ist nicht. Geh, schade. Ah, nein! Oh, nein, das ist ein cooler, oh, sehr geil! Sehr, 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 sehr geil! Oh, ich habe ein Dorf, ich habe ein Dorf! Das ist ein bisschen weird aufgebaut, aber ein Dorf ist besser als gar kein Dorf, ne? Ja, du bist auch meiner Meinung sehr gut. Ja, du bist auch meiner Meinung sehr gut. Okay, so, dann, ähm... Hey, ähm, Bro, ich weiß ja, wie sehr du dann drauf machst, so, ne? Ja, aber... Aber ich bräuchte gar nicht dringend dein Eisen. Danke, Bro. Danke für die 2 Blumen und dein 4 Eisen. Und... Ah, das ist Nacht, ah, Loll... muss ich gar nicht ja das ist aber die brauchen wir nicht oh ich bin auch vorstellt auf was für einen Pfosten bist du nun erklären wir mal was es für einen Posten gibt in Minecraft Stein aber diese Steinposten ja 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 was du meinst ich sehe das oft und das Dorf sie ist dann kommt das Dorf dann solltest du mich auch bald finden z Korn in die 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 plötzlich sind weiter auf mich die 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 nicht ah du schleifst gerade in dem Bett ah nice ah leule ich hab den Bogen ah leule ich hab doch keinen Bogen so Schwert Spitzhacke und wo ist meine Axt Creeper ah nein ist meine Axt nice let's go so und jetzt wird gut wieder mein Bett ja ja kommt gleich nur keine Sorge ich muss nur mein Bett wieder finden ah hier ist es glaube ich ne nein hier ist nicht mein Bett warte 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 ah hier ist es hier ist es hier ist genau hier ist mein Bett nein der Typ verlässt sein Bett und ich gehe in sein Bett das klingt sehr falsch wenn man ins Kontext los wird ach das sind zwei in einem hier woher hat das Spiel verlassen ja gut die Aufnahme geht schon 22 minuten ja egal ne es geht 22 minuten aber was soll's ein Skelett nein 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 du kriegst mich nicht das ey so bitte man greift nicht irgendeinen random Minecraft Spieler an ähm Jünger hab ich eigentlich getroffen. Passt auf. Diesen Villager. Ach, ich hab keine Pfeile mehr. Ach so. Du musst mal ein bisschen Trash aus meinem Inventar packen. Dich brauch ich nicht. Dich brauch ich nicht. Dich brauch ich. So, was brauch ich sonst noch nicht? Dich nicht. Dich nicht. Dich eigentlich auch nicht. Dich brauch ich noch. So, das Blut pack mir da hin. Das pack mir da hin. Und ich schaufel. die die okay wo auch immer also dann haben wir hier unten deep dark sagt los wir haben wir unten in deep dark wo genau dann kann deep dark schade aber die Höhle sieht cool aus ich denke aber welchem Dorf bist denn du? okay warte ich setz mal kurz die Koordinaten an dann kannst du mir zeigen wo du bist so sag mir mal deine Koordinaten na denn sobald du wieder im game bist das mach ich nur mal so also da wärs es nicht machbarer Prokur so 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 genau so wie mein micro so 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 Okay. Okay, so, du bist wieder gejoint, sag mir deine Koordinaten, damit ich zu dir kommen kann. Die Cores sind's, ja, die sind was? Okay, so, du bist wieder gejoint, sag mir deine Koordinaten, damit ich zu dir kommen kann. Also, 213, dann 63 und 306, das ist in dieser Richtung, genau. Okay, sie ist klein, kein Problem. Wenn du die Aufnahme von mir ansiehst, dann wirst du dir denken, what the fuck war bei mir los. Aber eine große Farm, okay, das ist natürlich geil. Ich bin unterwegs. Aber. Okay. Okay. Es wird zwar Nacht, aber wen interessiert es? Also was sind dann für die Nahrzeuge? 300Z? Ok, dann bin ich bald da. Ich bin bald da. 213, 163, 603 nicht mehr hat genau bei den Koordinaten und da ist nix crit an ent VC SchonderER Stinn etwas und damals 203 kul 로 Also das macht natürlich schon mehr Sinn. Moin, da bin ich, man aus, cool, oh ne, ich konnte dich nicht schlagen, ich konnte dich nicht schlagen. Was ist, was ist mit was, auf einem ist es dunkel, wo ist das Skelett, wo ist dieses Skelett, da ist es, nein, das war ungewollt, achtiger, wo es ist denn, ach, da hinten bist du du kleiner Piddy, so kommt kurz zu dir, gib dir deine Sachen zurück, ich hab das aufgesammelt, okay, so hier, meine ganzen Sachen, das ist auch noch deins, oder das ist meins, meine Achsensteine, ja, hast du alles bekommen, ah ne, die Steine habe ich noch, ah, hier jetzt, Da liegen deine Steine. Was? Husst. 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 Nein, ich habe keine Schneebelle mehr. Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen, bleib mal ganz kurz stehen. Und ich habe es nicht mehr in den Kopf, aber ich habe es nicht mehr in den Kopf. Ich habe es nicht mehr in den Kopf, sondern ich habe es nicht mehr in den Kopf. Joa, ne Wurzangst hat sich gelohnt Internet hat sich eliminiert Stabil Hör auf rumzuschweben, Bro Du schwebst Ja, du schwebst gerade rum Und ne, dein Zeug ist noch hier Dein Zeug liegt hier rum Was ist eigentlich mit Chang? Äh, Spielfehler Geh, du bist stuck Warum fliegst du? Hör auf zu fliegen Warum bist du am fliegen, Bro? Wurzangst Hä, Digga, es bringt nichts mich zu schlagen Ok, es bringt doch nichts mich zu schlagen Nein, hier ist ne Höhle Fuck Ich brauch ne Ort wo ich nicht stuck bin in deiner Höhle Oh doch Oh doch Noo, wo bist du? Oh, er ist gegangen Wachtwürde ist ja noch im Discord, also Möglich, dass er nur wieder game verwesst Oh, da ist er wieder Oh, da ist er wieder Ok, so Activate Sheets Yes Oh, da ist er Oh, da ist er Oh, da ist er Oh, da ist er uin Oh, da ist er Oh, da ist er Oh-oh, da ist er Das war св sher� Prozent noch mal kurz noch okay wenn wir das Recht ist zu stellen Warten nur ganz kurz muss ich nur noch kurz ein bisschen verbessern und dann können wir noch mal machen D8 sie D8 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 D9 D9 D8 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 die so jetzt jetzt können wir beginnen warte noch kurz warte noch kurz okay dann ab jetzt nicht mehr bewegen nicht mehr bewegen nicht mehr bewegen nicht mehr bewegen nicht bewegen auf gar keinen Fall bewegen okay ich liebe es wiii nie nie n n n n n n n n so ich bin jetzt die in Japan 3 seit mann ist oder ab von den Gehen so viel Spaß damit Viel Spaß jetzt rauszukommen. Jetzt kannst du nicht raus. Was hast du geschrieben? Du bist getrapped, ich lebe. Aber ich weiß nicht wo du bist. Bitti, 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 was Bitti, Bitti, was meinst du mit Bitti? Willst du raus? Wahrscheinlich schon. Hilfe. Okay, ja, save, helfe ich dir, warte kurz. So, hier bitte. Wie? Wie lange geht die Aufnahme? Ich glaube, die ist viel zu lange. Ja, 47 Minuten. Äh, äh, David Geiss, würde ich sagen, äh, vielen Dank für das Zuschauen. Ähm, bis zum nächsten Mal, das nächste Mal wird natürlich ohne Hex kommen, seit sie uns bis jetzt nicht wissen, ich hab Hex benutzt. Und, ja, bis zum nächsten Mal, ah, ja, Kami, Tendo. Die Aufnahme wird viel zu lange, sie gedachten, 40 Minuten, bis zum nächsten Mal, lasst ein Like, Abo, was auch immer da und bis zum nächsten Mal.